Dann haltet ihr nochmal hier und dann versuche ich mal den einen oder anderen nochmal zu überzeugen gegen eine Spende für die Scale-Age Stiftung hier auf dem Beifahrersitzplatz zu nähern. Ich weiß gar nicht, ob ich die Gas geben werde. Ja, auch ein 5,5 Liter Turbomotor. Es muss nicht immer ein Sauger sein. Geile Karte. Oh ja. Trocken wäre natürlich geiler, ne? Ja. Ich habe ein bisschen Schiss mit meinem Heckantrieb. Wenn es gerade ist. Darf ich hier Gas geben oder nicht? Ja. Gegen die Wand am besten. Ja. Das ist gut sein, dass ich hier gelungen habe. Das ist gut sein, dass ich hier gelungen habe. Ich kann oben ein Expoiler und du gehst hier auch den ganzen Tag und morgen an. Und Taxi fahren. Das fehlt nicht. Morgen freue ich mich schon, die große Strecke. Oh ja. Ja, da kann man richtig Gas geben, ne? Ja. Ich dachte, letztes Jahr hat er 140 drauf gehabt. Ich dachte, ich werde das Heck immer weggehen. Mhm. Wie für Runden fahren wir denn? Drei, glaube ich. Drei, Runden. Muss ich stoppen oder nicht?